kaum fände es zu sehen jetzt gehts los jetzt gehts los schön ne dieser fußballfan ja einer ist ja ausgefallen ich glaube dieser reuss hoffentlich trinkt er sich an heute der Ötzi so jetzt lassen wir uns überraschen so jetzt mal die ungestört gucken können ich sage bis zum autokausum also ich denke positiv vollmond haben wir heute jetzt